jo meine lieben freunde der geistreichen unterhaltung und heute keine angst kommt noch eine folge vom pfa server es gibt mal wieder gigantische action wenn ihr wisst was ich damit meine aber ich glaube mittlerweile müsste man auf meinem channel eigentlich verstehen was ich damit meine ja und hier habe ich mir gerade mal gedacht ich wollte eigentlich am anfang gar nicht aufnehmen aber wir haben die ein oder anderen rennen gefahren und zwar nämlich mit spektra und senatris und weiß nicht wir waren einfach ein bisschen am chillen und zwar ganz mit sich und ich habe gedacht ich lasse euch einfach mal daran teilhaben ich habe so ein paar gta aufnahmen ihr könnt mir einfach mal sagen was ihr davon haltet ich glaube allerdings dass das vielleicht ganz witzig ist also zumindest ich finde gta ganz witzig keine ahnung viel spaß ich stürze ab und nicht hält mich auf der rennstrecke ich bin ja mal in 40 jahren wieder da ok ok wir warten zu lange nicht auf dich ich komme euch holen irgendwann irgendwann vielleicht ich sag dann mal tschüss oh ein spektr was bowlingpins was ja haha what the fuck dude wie ist pass in die bowlingpins Die gehen doch voll klar Nicht wenn ich nur zu zweit bin Nein Oh Gott Oh Gott Oh Gott Nein Ja Ja nein Wie Wie kann man zur Hölle Wenn du auf dem Dach laschst, wenn du auf der Seite landest Einfach immer eigentlich Wenn du überhaupt irgendwie landest Hä wo muss ich hin Was Ach da runter Was Nein ich dreh mich Verdammt ich dreh mich Ja Ah ja ich dreh mich zweimal Das ist noch weniger geil Ich gewinne Verdammt Sinatris Ah Milagoi Backdown Ich gewinne Oh nein Ok vielleicht doch nicht Außer er landet richtig scheiße Ja 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 He is get fucking wrecked Moin Ich bin auch richtig scheiße gelandet Aber ich lebe noch Also 1, 2, 3, 4 nach rechts ist wieder dieser E7D, oder? Ja. Lass mal den ERE7B nehmen. Was? Wir hatten vorhin den ERE7B. Ah, okay. Ungetun. Ja, ich hab den nicht mal. Dies macht den Inspektor. Wieso? Weil du 300 Dollar auf mich setzt, oder was? Oh, ich starte immer vorne, das ist so dumm. Ja, ne, ausnahmsweise bin ich jetzt mal hinter dir. Ja, ne, ich starte mal RECHTS! Was? Huiuiuiui! Ich hab ihn bis jetzt alle 3 mal bekommen und ich verstehs auch nicht, sonst verkack ich das eigentlich immer. Wieso macht dieses Zeug so viel Lärm? Ich bin behindert. Was? Wo fahr ich denn jetzt? Ja, okay. Geil. Wann bist du schneller? Brennende Teile? Ich hab da gerade Brennende Dinger gesehen. Was zum? Ähm, ich bin vielleicht explodiert. Looping sind nicht mein Ding. Du bist aber nur vielleicht explodiert, oder? Hast du das auch gesehen? Was? Die brennenden Ringe? Ja! Äh, ich seh nur, dass ich mich hier irgendwie gerade drehe, okay. Und warum ist die Zitrone jetzt erster? Weil ich eine Limette bin. Äh, Burning River Fire, was? Zitrone, ich hol dich jetzt. Und dann töd ich dich. Wir nehmen noch eine Limette. Alter, was zum Gürger nochmal? Ist das bitte für ne Strecke? Und du bist ein Maisbrot, und zwar ein veganes. Okay, ein veganes Maisbrot. Ein veganes Maisbrot, okay. Na okay, er hat recht in Brots und Eier drin. Ja, ja, aber... Ey, du kannst auch ein veganes Brot machen. Ja, aber wieso ausgerechnet Mais? Wieso nicht? Eis! Veganes, laktosefreies... Eis! Das ist einfach Brot mit Eis! Nehmen sie jetzt! Awesome! Und verwenden sie den Ultralativ! Früher war ich Stefan, aber jetzt bin ich am Stefansten! Ich glaube, das Maisbrot will mich gleich holen. Das vegane? Ja! Ne, ich bin vegetarisch, ich bin aufgestiegen. Oh shit! Bald bist du dein vegetarisches Mettbrötchen, was? Ähm... Juhu! Leute, ich cruise ja auch irgendwo rum, aber ich komme euch nicht hinterher. Könnt ihr mal bitte beide explodieren, danke! Ne, ich will ja eigentlich gerade das Netrix rammen, aber irgendwie komme ich nicht an ihn ran. Ja, schön, dass mich wieder irgendein Ficker anschreibt. Oh, Runde 2 von 3! Viel Spaß in der Fils! Oh nein! Oh mein Gott, ich habe gerade richtig sick abgekürzt! Na, ich weiß, du bist durch den Looping geschwungen, gell? Ja! Das ist richtig nice! Nein, da kommt das Maisbrot, das Maisbrot kommt! Dann weg, oder ich mache Popcorn aus dir! Hä, du bist doch das Maisbrot! Ja, Limetten-Popcorn, kennst du nicht? Hilfes, komm! Kann auch Zitronensaft aus dir machen. Ich esse dich dann zu Fischstäbchen oder sonst irgendwas. Ich bin ihm noch Limetten und kein Zitronen. Ach, Leute, wenn man hier rechts lang dackelt, kriegt man ja die, äh... Sprummschanze statt dem fucking Looping, das ist ja wesentlich gechillter. Scheiße! Also, was lernen wir daraus? Rechts ist immer die bessere Entscheidung! Was? Ey, ohnehin, ich sollte einmal, einfach die Schnauze halten, ne? Es wäre halt echt so viel besser. Wer die Schnauze hält? Ich? Das Maisbrot... Ach, nee! Ich hänge irgendwo in der Strecke. Jetzt geht das perfekte Fahren los, den Netflix. Jetzt war ich wieder perfekte... Pissack. Ich fahre aus den Leuten, die perfekt fahren. Ich fahre aus den Leuten, die perfekt fahren. Ich fahre immer perfekt, wusstest du es nicht? Iiiiiiiiioooo... Wahr... scheinlich! Verstehen halt, der beschleunigt irgendwie gar nicht in den Kurven. Also in diesen Röhren. Ja, diese Röhren sind ja auch die scheißigsten Elemente, die es gibt. Nee, ich... Nee, alle Wägen beschleunigen irgendwie da drin. Außer der. Ja, das ist auch irgendwie so ein richtig komisches, hässliches Teil. Aber es sieht gut aus. Nee, sieht doch auch nicht. Es sieht aus wie ein Haufen Scheiße. Ich finde so ein Sägleuchten, die sind so lächerlich. Was? Diese Leuchten hinten überm Boden. Die sind auch richtig geil montiert, finde ich. Die sind richtig prägend im Haus. Und dann da drüber dieses... Gestackel... ...mit Spaghetti. ...mit ihm. Wenn man nicht gerne passt hat. Ja, aber nicht aus Stahl! Äh, doch. So etwas ist der Haus zum Vormittes. Kann man eigentlich an der Decke von den Röhren? Nein! Au, scheiße! Nein! Eine Runde habe ich bekommen, weil ich nirgendwo angestoßen bin. Was sagst du jetzt? Jetzt kommt Ghost und ruf mich ein. Warte, ich bin 400 Jahre hinter euch. Ja, und ich bin 400 Jahre hinter Spekt. Also, macht sich doch. Es sind schon 800 Jahre, die Geost hinter mir ist. Ja, aber weißt du, das Geile ist einfach, dass sie Netflix auf Spectre gewettet hat. Ja, ich weiß. Die wetten irgendwie immer alle auf mich. Die haben neulich alle 10.000 Dollar oder so auf mich gesetzt. Und dann hast du extra verloren. Wait, what? Das wäre eigentlich natürlich witzig. Ne, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ausgegangen ist. Ich glaube aber, ich wurde auch nicht Erster. Also, ich wurde irgendwie Zweiter oder so. Und dann haben sie irgendwie alle aufgehört, 10.000 Dollar auf mich zu setzen. Verstehe ich gar nicht. Geh, ich auch nicht. Ich bin doch so ein liebenswerter Mensch. Joa. Aber ich meine, Geld ist jetzt nicht unbedingt Katze. Was? Was? Geld ist nicht unbedingt Katze? Ja, ich meine, nicht jede Katze kann man kaufen. Doch. Aber, äh... Nicht jede Snickers ist ein Snickers. Manche Snickers sind auch Mars mit Erdnüssen. Oh, Gott. Philosophie entbeginnt. Oh, du Mars mit Erdnüsse, Alter. Oh, da ist auch ein Mars mit Erdnussbeilage. Alter, wer ist denn schon da hinten? Ja, ich bin raus. Äh, ich nicht. Ich hab's so verkackt. Nice. Das hör ich doch immer wieder gerne so, Lettriss. Nein. Der holt mich doch ein. Nein, nein. Huiuiuiuiui. Ich schaff den Sprung nicht. Du holst mich so ein. Was für ein Sprung, bitte? Wo muss man da was springen? Nein, da kommst du, da kommst du, da kommst du, da kommst du, da kommst du. Okay. Ich fahr erstmal noch 40 Jahre her, dann bin ich irgendwann bei dir. Keine Angst. Naja, ich halt dann vorm Ziel an. Ooooooooohhhhhh, nein. Ich hab auch verkackt. Was? Okay, ich bin runtergefallen, weil ich versucht hab, den Loopang irgendwie abzukürzen. Aber ob ich noch richtig sauber irgendwie den Punkt auf der anderen Seite bekomme. Ja, das mir beim letzten Mal da durchspringen auch passiert. Naja. Looping? Okay, ich hab dann mal andere. Dieser weiße Looping, der letzte Looping, der kommt. Ach, diese Seitwärts-Dings. Die kann man abkürzen. Einfach durchspringen. Aha. Ah. Du meinst so? Weiß nicht. Hab's geschafft. Da hinten kommt dein Ghost. Wir das noch schaffen, wir mich noch aufholen. Jo, wahrscheinlich. Nein, ja, ich schau mal Ghost zu. Ich hab' den Knämen in der nächsten Folge. Gar nie und nicht. Äh, Ghost, kleiner Tipp war über diesen Begrenzungen und dann bekommst du noch mehr Speed. Also über dieser Metallstrebe an der Seite. Achso, bei dem Ding oder an der Seite an dem Ding? Okay, gut. Du bekommst noch mehr Speed. Du musst nur aufpassen, dass du dann in der Kurve nicht irgendwie an die Decke gleitest. Oh fuck. Das war ein bisschen zu viel. Oh fuck. So, ich tapp' mal raus und guck' mal was. Ich hab' die Guste rund. Ich bin... Spast. Äh, was? Mit ihm das gutste Rennen. Was Rennen? Das... Äh... Das... Danke dir nochmal. Oh Gott, wieso denn? Das war gut. Nimm mir diesmal den Proto, ich sag' dich. Ja. Ich hab' den noch nie benutzt. Ja. Okay, ich auch nutze. Das ist in deinem Moment. Diese Rennen... Ist mir schön scheiße, du Faggot, was? Ähm. Na, ich hab' gehört, das soll wirklich richtig scheiße sein. Also da ist keine Lüge dran. Aber wir müssen alle Islas FM machen, okay? Ich hab' allgemein Musik aus. Nee, den Country-Dings. Den Country-Radio-Sender. Ja, jetzt hast du schon gestartet. Ich hab' jetzt noch Islas FM an. Islas FM! Also X80. Ja, in Kackbrauen, wait what? Okay, Sinatrix ist einfach wie so'n kleiner Möchtegern-Soldat. Äh, Ghost wie ein Hipster, okay. Und ich in meinem stylish pinken Rennergenzug find' ich gut. Okay, ich bin einfach der Einzige, der ihn noch nicht bereit gemacht hat. Was ist mit deinem Charakter los, Ghost? Hä, wie ist mein Charakter? Hipster mit grauen Haaren und Coolness. Der sieht aus wie ein Kinesi mit einem Afrikaner gekrollen. Ja! Ich sag halt, das ist ein cooler Hipster, ja? Back to the Roots. Die Leute kommen aus Afrika. Huiuiui! Fink! Ich hab' so eine Wichse! Ich hab' so einen Spass gehabt, Alter! Ich hab' so einen Spass gehabt, Alter! Boah, ey, der ist ja richtig eklig! Wie? Ich hab' einfach gar nichts gediegen! Vor dem ersten Jackpot noch mal lange gekickt werden, ey! Ich hab' übrigens Backdown runtergeschubt! Wow! Na tückst du denn? Cointelos Bratwurst! Fahr, du spielst eine volle Ausmacht meines Zorns! Nein! Uiuiui! Ja, ich spüre deinen Windschatten, hoff' ich! Jetzt fahr doch du, wie gesagt, ich scheiß dich! Erinnere dich daran, weh! Ah! Kurve! Alter, das war ganz schön close! So, ähm! Ihr weg! Du kriegst keinen Windschatten! Ich geb' dir gleich keinen Windschatten! Ey, ich hab' teilweise fuck'n der Windschatten ganz schön ab! Ja, vor allem, wenn man sich selber dabei dann dreht! Nein! Was zum? Was soll denn die scheiß Wärme drauf wieder? Haltet euch schön weit auf! Haltet euch schön weit auf! Haltet euch schön weit auf! Ich bin gar nicht hier! Was ist denn der Schicksal? Ich bin gar nicht hier! Ja! Alter, wie krass ist dieses Aufholen! Ziemlich heftig! Ich... Krieg dich noch! Glaube ich vielleicht! Dieser Ex-Proto fährt sich wie Scheiße! Also ich hab noch... Nein! Wie... Der Prototyp von Scheiße! Das ist der Prototyp von Scheiße! Die haben die Scheiße noch nicht so weiterentwickelt, deswegen ist das ein Prototyp! Oh Gott! Wie sieht der Ex-80 aus? Ah, Scheiße! Hast du den jetzt auch mal angeschaut, ja? Du hast einfach immer nur den Namen gehört, hast dir gedacht, ja, X-80, davon reden alle! Nehm ich jetzt mal! Und natürlich flieg ich runter! Oh Gott! Okay, Zweiter bin ich schon mal, aber wer gibt sich damit bitte zufrieden? Also ich war halt so... Wie gesagt... Scheiße! Jetzt wird er gewinnen! Das liegt da aus dem Radiosender! Jetzt fahr du X-80! Scheiße! Ach stimmt, da ist ja am Ende der... Sprung... Ich schaffe es! Okay, du... Ach, fuck! Ach, schade! Wie gesagt... Wann hätt ich mir nicht gesagt, hole ich dich noch! Am Anfang war es so lustig, ne? Aus dem Schwierdruck, da ist das nur Specter runter und schüss! Ja, wow! Und ich hab einfach 2.000 auf Specter gewählt! Ja... Ja, gut! War ja ziemlich worth! Ja, es ist ja nur ein bisschen Geld! Ja, es ist ja nur Geld! Ich bin Schweizer! Ich hab's zum Drenbaden! Ich hab's zum Drenbaden! Ich hab's zum Drenbaden! Ich hab's zum Drenbaden! Scheiße! Ich hab die Sponys hinter ihm!